Mit der Schattnummer 47, gestern auf Rang 1 hier in Brotterode, Nates Deschmann aus Slowenien. Mit Nummer 47, Nates Deschmann, Slowenia. Der kann das, der kann das richtig gut. Das hat er gestern bewiesen. Oh ja! Da geht die Faust auf. Jetzt wird's enge. Jetzt sind wir mal gespannt. Und 112,5 Meter, jetzt kommt es auf die Punkte an. 112,5 Meter. Unterverdrängt Felix Hoffmann von der 1, momentan Nates Deschmann auf 1 und Felix Hoffmann auf Rang 2. Nates Deschmann aus Slowenien mit der Schattnummer 47, noch um. Da kommt er. Und auch der geht relativ weit runter. Gucken wir mal auf die Wand. Das wird er wohl machen. 116 Meter. 116 Meter. Jetzt gucken wir. Felix gewinnt. Felix gewinnt. Single-Ambut. Untertitelung des ZDF, 2020